Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Fantasia. Das ist wahrscheinlich das Schloss. Und ich nehme zumindest an, dass es das letzte Gebiet ist. Das würde ich hier haben. Na gut, geh mal rein. Stützfing zusammen, teuer. Okay, da wartet schon der erste Gegner auf mich. Komm her! Ich kann nicht glauben, wie weit ihr bereits gekommen seid. Zu schade, dass ihr uns sterben müsst. Werden wir sehen. Okay, 500. Oh, Origin, mach mal mal. Was hast du? Zeug ihn, oder? Ne, mach mal Urknade. Ich hoffe, ich heil ihn jetzt nicht damit. Das wird doof. Ah. Origin! Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel Schaden Origin gemacht hat. Die dann in den Gezeiten wurde. Mit meinem Max will. Vielleicht ist das besser. Toll, jetzt habe ich ihn ganz in die Ecke ge... Ich habe ihn geheilt, oder? Das ist schlechter. Okay, das heilt ihn. Das... Noch gar nichts. Machen wir mal. Stun! Ja! Nix! Ei, 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 ei. Archi bringt mir leider nicht so viel. Stein macht nix. Eis. Aber was hat er denn geheilt? Nochmal Feuer. Das Vieh teleportiert sich. Pupille auch noch. Null. Hä? Das ging ja. Leck mich doch am... Arsch? Okay, äh... Okay, äh... Ja, war klar, irgendwie. Wir geben es Flasche. Ich glaube, ich brauche den Chester. Aber der ist irgendwie... Schwach auf der Brust. Nee, 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 nee. Noch ein bisschen so. Oh, alles abgewehrt. Gut, Klaas. Perfekt. Wind kümmert sich hier zum Allers. Ach! Ich glaube, ich habe Origin nicht ausgemacht. Verdammt. Oh, egal. Macht gut Schaden. Und er blättert nochmal in seinem Buch. So, Marge ist jetzt auch wieder belegt. Witzel! Boah, ist viel hell da aus. Aber mein Soul Edge, der... wird wunderbar hier. Kill ihn! Das war ja unfair. Okay, Archie bringt mir in dem Kampf gar nichts. Gut zu wissen. Aus. Chester mit. Hinten mir, okay. Schnell ziehen und... Ach. Es ist fies, stark. Was mache ich dagegen? Inwiegen bin ich so ruhig. Ich habe andere Techniken. Tigerpuss. Teleport. Teleport. Suchen wir es mit einem Teleport. Teleport und Soulwave. Okay. Soul Edge und Soulwave. Eben herz magma Klinge. Aber dieses Soul Edge ist gar nicht mehr so schlecht gegen den. Glaub ich. So, dann eben so. Moment mal. Welche... Gottverdammt. Welche... Ausrüstung noch Chester. Die bloß siegt worden. Er ist ein Element, aber... nicht. So. Der Feind. Der Feind. Der Feind. Der Feind. Der Feind. Leie Kürüy! Und wenn hier ist es für eure Funktion, dann geht das hin. Tein, were hätte mir nicht... Ich sie kaumが良め,... und das so... im Vergleich zu. Vielleicht macht doch Maxwell, weil der ganze Zeit zaubern will, der Typ. Max Wien. Maxwell macht zu wenig Schaden. Ja! Ja! Die Chester hilft mir irgendwie gar nicht. Vielleicht... ...habe ich zwei weg? Vielleicht ist jetzt wieder weg. Ich und Klaas machen ja alles. Ja! Das ist gut! Ja! Jetzt No Hit, oder wie? Da go'n Amulett. Der sieht aber irgendwie aus wie der tausendjährige Up-Gott. Äh, diese Yu-Gi-Oh! Karte. So, Chester. Viel gebracht hast du leider nicht. So. So. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Gegner sind. Was lässt das Gehirn hier an? Okay. Was ist das für ein Verlies? Ich habe keine Lust, in ein Verlies zu gehen. Ich habe keine Ahnung, in einem Verlies, ein Verlies, ein Verlies, ein Federer, ein Verlies, ein Verlies, ein Verlies, ein Verlies, ein Verlies. K.P. Rate, Lebenspunkte, okay. Auch ich, 9211. Geil. Kann ich über 10.000 haben? Wahrscheinlich schon. Sternenschild. Dieser Schild besteht aus einem unbekannten Meteoritengestein. Ja. Nicht schlecht. Gut. Oh, nee. Seraphim, dich kenn ich doch schon. Ich verstehe nicht, was ich sage, aber es sieht nicht schlecht aus. Ja. Und dann gibt's schon wieder Lärm. Warum jedes Mal? Oh, nee. Und den darf man wieder heilen. Ich weiß, Papa auch weniger. Ich weiß, was ich jetzt verließe. Ich habe einen Hebel aktiviert. Irgendwas muss passiert sein. Oder die Tür ist offen. Die kann auch sein, die sind vorbei. Kartier die Tür. Ja. Ja. Nein. Oh, verdammt. Aber allzu schnell. Und, was ist das? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt 5-11. Oh, verdammt. Boah! Also nehmt. Aus third-end Zaubern Cory. Archie lernt im Meteoritensturm. Hmm. Ich bin gespannt, wie stark das ist. Hängt Meteoriten aus der Umlaufbahn auf die Gegner. Klingt übermächtig. Klingt nach einer One-Hit-Attacke. Ah. Als euch hier ist die Wuhnflasche. Sternenmantel. Und... Ah. Nein! Rüttchen. Du machst in die Territen-Page da. Boah. Oh, Rüttchen. Wo ist das denn? Sie hat nichts gesagt. Boah. Boah. Übel. Krass. Übel krass, genau. Ah. Ähm. Ähm. Hier schon mal. Ne. Gibt's hier? Ja. Fahrzeug losgehen. So, die Vexiere hebe ich mir alle für den End-Boss auf. Wahrscheinlich kriegt er da aus mal wieder. Ähm. Soll ich entzünden. Da bin ich blind. Nee, da. Gaia-Rüstung. Reflexions-Panzer-Kinchi-Gai. Gaia-Rüstung. Rüstung-Digorems-Shufu. Wow. Geil. Kannst nicht zufälligerweise... Nee. Manchester vielleicht. Na gut, die habe ich jetzt nicht im Team dabei. Okay, nochmal 10. Nein. Jetzt ruie ich mich aber auf die Fieger da rechts. Mit Obergine. Geht ja aus, Dom. Da ist er nämlich. Buh. Oh. Oh. Diese Fiesse sind sofort tot. Dummer. Echsenkrieger. Dummer Echsenkrieger, sag ich. Nur her. Nein. Weck mich. Danke, Mint. Oh, gut. Achilleble ab und apropos morgen. Ich bräuchte aber noch... Oh, Schimmon, wenn ich ehrlich bin. Nicht eins. Ja, da. 15, ich hab mir ja gekauft. Gut. Aha. War ein Geist, oder? Irgendwo auf dieser Ebene gibt es einen Geheimgang. Eko, Emo. Oh, Jean, los. Immer die Rübenhabe, Schauer. Krass, Kalt. Krass, Kalt. Krass, Kalt. Bitte der Link ist aber auch genervt grad. Ja, er hat auch gelitten. Oh. Oh, naja. Er hat zerschnitten. Wollte mich wegpusten. Oh, und dass ich gleich demnächst angreife. Aber ich hab genau 1000 Schaden gemacht. Geschön. Ah, abgewehrt. Aber leider wurde Mint getroffen. Gut. Wie auf dieser Ebene her. Da. Ja. Das war jetzt eigentlich geraten. Aber der Raum hier, der hat mich dazu eingeladen. Wenn mich wäre er von der anderen Seite gewesen. Was zum... Ach, nö. Nein! Ich bin allein, oder? Oh, shit. Ich habe mich gegen diese scheiß Echsen. Hau ab. Und gleich auf den nächsten. Ah, ich muss aufpassen. Super, das wollte ich ja jetzt. Mach, schneller. Oh. Guck mal. Hau ab. Ich mache genauso viel Schaden wie mein Sprungangriff. Perfekt. Ich brauche Mint. Ganz schnell. Ganz schnell, Mint. Komm her. Äh, es sind alle weg, tatsächlich. Ich habe keine Tour geschoben mehr. Nein, da ist der Ausgang. Nein! Die Flasche, schnell. Ähm, ich bin schon vorbei. Chester. Ja, komm her. Das heißt, nix gerade. Oh, Mint. Gut. Aber ich habe die Texte jetzt gar gar nicht vorgelesen. Verdammt. Archie. Ich habe mich angemacht. Herz. Für Limme. Klaas. Das bestimmt hier unten wippen. Bitte. Hier. Nein! Ich habe Chester befreit, aber irgendwie ist er nicht da. Scheiße. Ach, Dreck. Ja, danke. Ich müsste jetzt das Vieh da rechts loswerden. C-Auge. Was soll das? Aber Archie wurde geheilt. Mit Theoriten trafen ja nur Archie. Was soll das? Gut. Ja, das Vieh ist tot. Perfekt. Mal. Hau ab. Nein, ich habe das falsch angesetzt. Achso, du wolltest du nicht mehr bei uns jetzt. Ich dachte schon. Schneller, schneller. Noch mal. Bitte. Ganz wahrscheinlich unnötig ist, aber... Oh, viermal. Achso, er ist tot. Gut. Ja, Klaas hat natürlich die Turbo-Schuhe. Bist du Klaas? Hier. Scheiße, wo ist er? Ach, ich hätte, weil Kira auf mich macht es sein. Bleib, wo du bist. Kira hat verfehlt. Ja, geil, Mist. Ja. Na gut, Garn ist auch weg. Das fiel mir hinterher. Ja, tu das. Wie ging es denn? Ich will Glas wieder haben! Korrekt! Na gut, der ist weg! Destellar! Keine Ahnung, was ein Destellar ist! Ja, Mint! Perfekt! Super! Jetzt sollte ich in der Zwischenzeit Chester reinholen! Hier bitte! Ja! Um weiter, um diese Teleportationsmaschine zu blockieren. Oh! Sagst du mir das? Das ist ja geil! So, ich kann jetzt wieder rennen. Weiter, um das zu blockieren. Ich muss jetzt erstmal den Weg finden! Dann müsste ich jetzt erstmal den Weg finden. Oh! Alten! Oh! Oh! Durch ihn wieder! Oh! Oh! Ich kann ja auch nicht mehr den Weg finden! Oh! 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 Ja, der Pfeil zeigt hier hin und es ist mir schon klar, dass hier der Baritz der Geheimangang ist, aber... Nein, da ist wieder so ein Auge. Ähm gut, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Oh, jetzt habe ich auch noch den Teleport hier. Explosion. Oh, Minter hat keinen Schaden bekommen. Perfekt. Stimmt, das gab es ja auch noch. Einfach mit einem riesen Weltraumgestein. Ja, perfekt. Platt gemacht. Oh, oh. Das Ding ist ganz schön nah. Origin. Das klingt so cool wie Klaas, die ganzen Zaubersaat. Viel besser als die von Archie. Aber naja. Du guckst ja nicht, wa, du Auge? Boah. Nein, das war dumm. Ja. Abgewehrt hat das Vieh auch noch. Ja. Du mal. Oh, schnell. Kommt mit. Archie, du auch. Ich muss das Feind ansauen. Halt das Teil sich selber, dieses Mistvieh. Bitte nicht. Mal. Haltet drauf, was ihr habt. Ich kann leider nichts mehr tun. Meine Mana, TP, wie auch immer, ist leer. Ja. Level ab für euch beide, weil ihr gut zusammengearbeitet seid diesmal. Oh. Da. Was tut mir denn da eine ganze Zeit? Gut geheilt. Hier war nichts, oder? Hier geht's zurück. Hä? Oh. Auch ein Item in den Teleporter auszumachen. Oh. Wie das Vieh. Ich hätte auch Walkyr machen können, aber nee. Origin. Mit Yangastan? Ja, ich weiß nicht, was sie sagt. Ja. Ja. Macht sie erst mal Puff. Da ist sie geplatzt wie ein... Luftballon. Ah. Nee. Oh. Das ist lächerlich. Oh nein, ich hab die falsche Attacke eingesetzt. Ja, danke. Ja. Wart wird sie sich los? Ach, sie soll auch zaubern? Was machst du denn da? Dann macht sie nichts. So. Oh, super. Nein, die beiden da hinten wollen zaubern. Der eine hinten stopptet, der andere flüstert schon. So. Kommo, du. Kommo, du Baran. Gut, ich renne einfach so aus Spaß hin und her. So. So. Einige Flasche. So. Einige Flasche. Ja. Zwei von euch. Dann die eine zaubert schon. Ja. Vorm Schlagabtausch nochmal. Oh. Alles explodiert. Weltuntergang. Origin. Origin. Kommo überhaupt von beiden Seiten. Ja. Hm. Ich glaub, wenn ich hier eh noch nicht so viel erreicht hab, da geh ich erstmal wieder raus. Und hol mir noch ein paar heilige Flaschen Orange und bei uns und so weiter. Aber ich guck mich hier zwar um und so weiter, aber irgendwie... Bringts nix. Super. Weil ich muss irgendwie einen Teleporter ausmachen. Ich hab aber keine Ahnung wie. So, erstmal dick shoppen. Ja. Versorgung. Okay. Ja. Definitiv. So. Versorgung mal links in. Pennen. Dann auch nochmal zu Daos Bude. Nein, das ist nicht das eben. Es ist ja nicht das eben. Du willst in der Rüstung schlafen. Stell dich mir einfach sehr unbequem vor. Nein! Das war die falsche Abzeugung. Nein. Ja. Vor allem 70. Und dann müssen wir auch noch bis spätestens 9 weg sein. Ein teurer Hund. Naja, egal. Wie stell ich mich da wieder hin zum Speicherpunkt. Ja, geil. Ich erreiche ja so viel in dem Let's Play. Irgendwie fange ich jeden Part an der selben Stelle an. Das kommt mir eben vorher bekannt vor. Hm. Ja, bei Xenoblade konnte das 2 glaube ich auch. Mehrmals. Naja, egal. Blitz, 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 blitz. Ich werde dich haben in dem Spiel so viel übersehen. Das ist der Wahnsinn. Mindestens diese Höhle der Dunkelheit habe ich übersehen. Weil ich keine Ahnung habe, was ich da machen muss. Jum, danke. So, mal wieder hier. So. Das war... Jetzt hätte ich fast gesehen, aber ich konnte es nicht gesagt. So, Tales of Atasia. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.